Gibt es einen idealen Zeitpunkt zum Verkauf einer Immobilie? Mein Name ist Sascha Bock und ich bin der Büroinhaber der Remax-Büros Wieg auf Föhr und Neumünster. Ich kann diese Frage mit meiner jahrelangen Erfahrung als Immobilienmakler mit einem ganz klaren Nein beantworten. Denn der ideale Zeitpunkt hängt von so vielen Faktoren ab, dass man diese Frage nicht so einfach beantworten kann. Jetzt fragen Sie sich sicher, welche Faktoren ich damit meine. Das bedeutet natürlich erstmal, wollen Sie verkaufen oder müssen Sie verkaufen? Wenn Sie verkaufen müssen, dann gibt es keinen idealen Zeitpunkt. Dann gibt es nur die Strategie, dass Sie Ihre Immobilie so schnell wie möglich zu einem sehr, sehr guten Preis auf den Markt bringen müssen, damit Sie diese auch schnell verkaufen können. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen und nicht müssen, dann gibt es natürlich viele andere Faktoren, die wir in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen dann herausfinden und dann auch einen idealen Preis finden können, indem wir eine Marktanalyse machen, indem wir Ihre Prioritäten einfach mal aufschreiben und dann gemeinsam eine Marketingstrategie ausarbeiten, wie wir Ihre Immobilie dann auf dem Markt platzieren. Dafür sind wir, mein Team und ich, ausgebildet worden von Remax und haben daher schon viele Erfolge in Neumünster bzw. in ganz Schleswig-Holstein gefeiert und können Sie in allen Dingen rund um Ihre Immobilie sicher beraten. Was ist also der ideale Zeitpunkt? Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt keinen, sondern der ideale Zeitpunkt ist einfach auf die Situation, in der Sie sich befinden, abgestimmt. Und da können wir Sie unterstützen und dafür würden wir Sie gerne unterstützen. Sie können bei uns eine erste Marktwertanalyse machen, diese können Sie online machen oder Sie rufen uns an und wir kommen vorbei und bewerten Ihre Immobilie mit unseren Kenntnissen, die wir in jahrelanger Erfahrung einfach erworben haben. Also, ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis dann. Tschüss.